Es ist Champions League, es ist das Achtelfinale und klar, wir wissen auch, dass durch das Ergebnis und Hinspiel, dass wir raus sind, so gut wie. Und wie gesagt, ich glaube, das ist trotz alledem für jeden Spieler eine große Erfahrung hier zu spielen in Madrid und ich denke, dass es jedem nochmal einen Entwicklungsschub geben wird, gerade unseren jüngeren Spielern. Da zähle ich mich auch noch dazu und wie gesagt, wir werden einfach versuchen, das Hinspiel, das haben wir aufgearbeitet und werden uns versuchen, da anders zu präsentieren, um vielleicht auf jeden Fall ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, jeder, der Fußball selber spielt, der schaut sich auch Real Madrid an, weil es eine Weltklasse Mannschaft ist, mit sehr viel Qualität und wie gesagt, man weiß, wie sie spielen und man versucht einfach morgen, glaube ich, das Beste auf den Platz zu bringen, seine beste Leistung. Und wenn wir das als Mannschaft schaffen, dann hoffe ich, dass wir vielleicht so einen gewissen Schub hier mitnehmen können nach dem Spiel und unabhängig vom Ergebnis.